Hey liebe Zuschauer, heute stelle ich euch mal ein Solo Zelt vor und zwar habe ich hier von Fjell Reven das Abisko Light 1 Zelt. Ich habe das jetzt schon fast genau ein Jahr in der Verwendung und wollte euch jetzt mal darüber berichten. Im Video selber jetzt wird gleich Schnee liegen, ich habe das im Winter gedreht, also wundert euch nicht, dass jetzt hier kein Schnee liegt. Also viel Spaß beim Video. Das Abisko Light 1 ist ein kompaktes und windstabiles Tunnel Zelt mit guter Belüftung und einem geringen Gewicht. So bringt es beim Gesamtgewicht nachgewogen mit Außen- und Innenzelt, Abspannlein, Zeltgestänge, Heringen und Packsack leichte 1700 Gramm auf die Waage. Reparaturzubehör dabei aber ausgeschlossen. Wer auf das Innenzelt verzichten kann, der kann nochmal 630 Gramm abziehen. Ebenso angenehm wie das Gewicht sind auch die Packmaße. Hier haben wir eine Länge von 34 cm und einen Durchmesser von 14 cm. So passt das Zelt gut in die Seitentasche oder außen ans Bodenfach. Hier das Gestänge aber nach oben, damit beim Absetzen nichts kaputt gehen kann. Bevor ich euch den Aufbau zeige, schauen wir uns noch schnell den Lieferumfang an, den ich wirklich top finde. Mit dabei natürlich ein Packsack aus Sil-Nylon mit zwei Kompressionsriemen. Dazu ist er erweiterbar, um ihn etwas schmaler bzw. länger zu packen. Und darauf befindet sich auch abgebildet die Aufbauanleitung und einige Pflegetipps. An dem Packsack selbst in einem Extrabeutel wird der einteilige Hauptstangenbogen und die Eckstangen verstaut. Er wird einfach unter die Riemen gespannt und kann hier mit einem kleinen Schnellverschluss gesichert werden. Mit dabei sind noch 16 silberanodisierte Aluheringe mit V-Profil in der 16 cm Ausführung, ebenfalls in einem eigenen Packsack. Ein Ersatzstück für das Gestänge, eine Reparaturhülse, Flicken für alle verwendeten Materialien, zweimal Nähgarn inklusive Nadel und Silikon-Themsealer, um die Flicken zu verkleben oder um die Nähte noch wasserfester zu machen. Reflektierende 2 mm Abspannleinen aus Dynaema sind auch mit dabei, die jetzt natürlich schon am Zelt befestigt sind. Ich persönlich packe nur noch die Reparaturhülse und die Ersatzstange mit ein und arbeite provisorisch mit Reparaturband oder klassisch mit Gewebeband. Das reicht bei einer Beschädigung für ein paar Tage und ich kann das Zelt in Ruhe zu Hause reparieren. Das Gewicht steigt dadurch nur auf 1750 Gramm an. Was mir beim Lieferumfang besonders gut gefällt, ist die Qualität, denn das Gestänge mit Heringen und Zubehör ist von DAC, einer der bekanntesten Marken, wenn es um stabile Ultralight-Gestänge oder Zeltzubehör geht. Kommen wir jetzt zum Aufbau. Durch die Kopplung von Innen- und Außenzelt ist der Aufbau zeitsparend und das Innenzelt wird beim Aufbau im Regen nicht nass. Ich fixiere zuerst zwei Heringe am Kopfende des Zeltbodens, am besten dem Wind zugewandt und mache dann mit dem Gestängebogen an der roten Markierung in der Mitte weiter. Der Gestängekanal ist im Inneren übrigens Silikon beschichtet, was das Einsetzen vereinfacht und das Material wird durch weniger Reibung geschont. Auf der anderen Seite angekommen, sehen wir außerdem das verstärkte Kanalende aus stabilen Cordura. Im nächsten Schritt stecken wir den Gestängebogen in seine Halterung innen. Die zweite freie Halterung, die ihr hier seht, ist für einen zweiten optionalen Bogen, um das Zelt für extrem starken Wind und Schnee zu verstärken. Im nächsten Schritt spannen wir den liegenden Stangenbogen unten am Fuchsfuß beim Stangeneingang. Jetzt stecken wir die vier Eckstangen in die Ösen oben und unten und richten danach den Bogen auf, indem wir die gegenüberliegende Seite langziehen und mit zwei Heringen fixieren. Über die Abspannleinen spannen wir die vier Eckstangen ab und fixieren sie. Hier muss man etwas rumprobieren, bis man eine relativ symmetrische und gut abgespannte Zeltform erreicht. Jetzt noch die Breitseiten am Kopf und Fußende und den Stangenbogen seitlich und das war's auch schon. Wenn alles abgesteckt ist, kann bei Bedarf über die Schnellspanner nachgespannt werden. Falls Regen zu erwarten ist, empfiehlt es sich die Line etwas stärker zu spannen, da sich das Gewebe bei Regen etwas auflockert. Die insgesamt 14 Befestigungspunkte machen das Zelt in Kombination mit dem abgesenkten Design rundum sehr windstabil. Allerdings entstehen so auch einige Stolperfallen rund um das Zelt. Jetzt mal etwas mehr zu den Materialien. Das Außenmaterial mit 20D Triple Rip aus 100% Polyamid ist beidseitig doppelt mit Silikon beschichtet und besitzt eine Wassersäule von 3000 mm. Es ist zwar sehr dünn, dafür erstaunlicherweise sehr robust und reißfest. Der Weiterreißwiderstand beträgt hier 9 kg. Größere Funken und Sonneneinstrahlung über längere Zeiträume mag das Material allerdings überhaupt nicht. Nur zur Information. An den Belastungspunkten wie zum Beispiel den Ecken wird das Ganze mit der 40D Variante und denselben Eigenschaften verstärkt. Das Innenzelt etwas leichter in der 15D Variante aus 100% Polyamid und mit einer DWR Imprägnierung. Beim Mückennetz handelt es sich um ein No-Sear-Mesh in der 20D Variante, bei dem selbst kleinste Insekten keine Chance haben. Der Boden des Innenzells ist um einiges stärker verarbeitet. Er kommt wie die Belastungspunkte auch in der 40D Ripstop Ausführung, hier allerdings mit PU-Beschichtung und einer Wassersäule von 6000 mm. Der Weiterreißwiderstand beträgt hier 15 kg. Das bedeutet, dass ich bei einem Riss oder Loch, hier nur aufgezeichnet, eine Zugkraft von 15 kg auf die schon vorhandene Beschädigung bringen muss, damit der Stoff weiter einreißt. Eine Unterlage oder der optionale Footprint sind trotzdem empfehlenswert. Schauen wir uns die relativ geräumige Absis an. Hier habt ihr genug Platz um auch größere Rucksäcke unterzubringen und zu kochen oder ähnliches. Hier darauf achten, dass man die Ausrüstung, die vielleicht etwas gegen die Auswand drückt, vor Nässe schützt, zum Beispiel mit einem Raincover oder der Regenjacke. Die geöffnete Zelttür kann eingerollt und über die zwei Kordelzüge befestigt werden. Sollte es etwas windiger und regnerischer zugehen, könnt ihr den Eingang auch nur zur Hälfte öffnen und den umgeklappten Teil im Inneren an der Öse befestigen. Die Autolockfunktion des Reißverschlusses verhindert hier ein Einfallen bzw. ein unbeabsichtigtes Öffnen durch den Wind. Für was das Zwei-Wege-System gut ist, zeige ich euch gleich. Für gute Durchlüftung, auch im geschlossenen Zustand, kann das erste Lüftungsfenster oben in der Ecke geöffnet werden. Dahinter natürlich auch Mückennetz, um auch bei geöffneten Innenzelt in der Absis weniger Probleme mit Insekten zu bekommen. Wer keine Insekten zu befürchten hat, der kann den Eingang durch das Zwei-Wege-Reißverschlusssystem auch von oben nach unten öffnen und so für noch bessere Belüftung sorgen. Wer morgens früh wach ist, kann hier mit dem Fernglas oder der Kamera unbemerkt den ein oder anderen coolen Moment erleben. Schauen wir uns jetzt das Innenzelt an. Hier habt ihr am Eingang einen Zwei-Wege-Reißverschluss zum Öffnen. Die Bodenwanne ist hier übrigens auf ca. 5 cm Höhe gesetzt und verhindert so, dass kleinere Tiere und Regenwasser ins Innere gelangen. Die Leinen, die ihr hier seht, halten das Innenzelt in Position und spannen es. Von innen kann hier entweder der gesamte Eingang hochgerollt werden oder aber auch nur das Innenmaterial, so dass nur das Moskitonetz übrig bleibt. Fixiert wird das Ganze wieder mit Kordelzügen. Zur weiteren Belüftung gibt es im Kopf- und Fußbereich Reißverschlüsse, um an die Belüftungsöffnung des Außenzelts zu gelangen. Hinter den geöffneten Laschen verbirgt sich wie beim Innenzelt ein Moskitonetz. Auch hier wieder Kordelzüge, um alles ordentlich zu befestigen. Ein komplettes Öffnen ist allerdings nicht möglich. Neben Warnhinweisen für die Anwendung gibt es im Inneren noch mehrere Netztaschen. Einmal hier in der Mitte auch im Liegengut erreichbar, dann noch am Fußende auf der rechten Seite etwas größer und länglich und über dem Kopf an der Decke. Hier finden wir auch noch ein weiteres Belüftungsfenster mit Moskitonetz, das allerdings nicht verschlossen werden kann. Auf der Trockenleine im Deckenbereich könnt ihr leicht feuchte Kleidung trocknen oder aber auch eine Lampe aufhängen. Bevor wir zum Fazit kommen noch ein bisschen was zu den Innenmaßen und dem Platzangebot. Im Inneren beträgt die Länge 240 Zentimeter, so habe ich Platz für meine 200 Zentimeter Isomatte und noch etwas Stauraum am Fußende. Die Höhe beträgt in der Mitte 90 Zentimeter, das reicht für mich mit meinen 180 zum Sitzen, allerdings mit leichtem Deckenkontakt. Die Breite mit 90 Zentimetern in der Mitte und 50 Zentimetern am Fuß- und Kopfwende ist in Ordnung, so dass noch etwas Ausrüstung oder Bekleidung am Rand abgelegt werden kann. Kommen wir jetzt zum Fazit. Ja liebe Zuschauer, das war das Abisko Light 1 von Fjellreven. Ich bin sehr zufrieden mit dem Zelt, das Gesamtpaket stimmt. Packmaße, Gewicht, Verarbeitungsqualität, Materialien und Lieferumfang. Die Belüftung ist auch sehr gut, wenn es draußen warm ist und man die Belüftung auch aufmachen kann. Im Winter sah das jetzt nicht so gut aus, da hatte ich relativ viel Kondenswasser. Muss man sich halt entscheiden, wenn man es wärmer haben will, macht man alles zu und lebt mit dem Kondenswasser morgens ein bisschen. Mit einer Luke offen ging es dann, aber es wird halt auch ein bisschen frischer im Zelt. Die Innenmaße waren für mich okay, ich bin 1,80m. Wenn ich im Zelt gesessen habe, habe ich ganz leicht die Decke berührt mit dem Kopf. Größere Leute, die können auf jeden Fall drin liegen, aber gemütlich drin sitzen, sollte man auf jeden Fall vorher irgendwo im Geschäft ausprobieren. Ja, noch zum Verwendungszweck. Ich habe das Zelt ganzjährig genutzt und muss sagen, dass es im Winter schon ganz schön eng wird. Mit der dicken Daunenjacke, Daunenschlafsack, Hardshell, Ausrüstung, ein großer Rucksack. Da würde ich dann vielleicht eher wieder ein Zelt nehmen, wo ich mich abends noch mit dem Hocker reinsetzen kann. Im Winter geht die Sonne früher unter, da sitze ich vielleicht noch ein bis zwei Stunden am Zelt und gehe dann sowieso rein. Und da ist das Zelt einfach ein bisschen zu klein für. Für so ein, zwei Nächte draußen im Winter mit ein bisschen Ausrüstung ist es okay, aber wenn es dann so auf drei, vier, fünf Tage geht, dann ist es dann schon ganz schön eng. Bei den negativen Punkten habe ich den Aufbau. Der ist zwar relativ einfach, aber manchmal ist das Zelt so ein bisschen verzogen und wenn der Boden nicht ganz eben ist, bilden sich halt so kleine Lücken zwischen Außenzelt und Boden. Da hätte ich mir einfach so ein paar Flappen gewünscht, die das Ganze dann so ein bisschen abschließen. Also es ist nur Meckern auf hohem Niveau. Dann hätte ich mir noch gewünscht, dass die Decke im Innenzelt mit der Außenwand verbunden ist, sodass man die ein bisschen hoch hält. Wenn man drei, vier Tage draußen ist und das Zelt so langsam ein bisschen feuchter wird, dann wird auch das Material ein bisschen schlaffer und dann hängt die Decke ein bisschen runter. Das hat mir nicht so gut gefallen. Ansonsten habe ich keine negativen Punkte mehr. Ich finde das Zelt sehr cool, sehr minimalistisch. Man hat nicht so ein Riesenzelt im Wald stehen und man fällt einfach weniger auf. Das war es auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da, Abo nicht vergessen, wenn ihr Lust drauf habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut! Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.